Tchach Leute! Herzlich Willkommen hier wieder zurück auf meinen Channel. Heute präsentiere ich euch natürlich wieder, wie kann es anders sein, den, äh, zweiten Part. Diesmal ist es wirklich mal der zweite Part. Ja, ja, ja. Und es kann hier wieder mal losgehen. Und sieh da, was ist, was ist, was ist, wer ist das? Das ist Reilly, guckt euch mal den Reilly an! Wauw, wauw, wauw! Ein süßes Gleih, ein süßes Gleih. Ein süßes Gleih. So Leute, ich hoffe, dass es hier nicht so viel rumpelt hier oder rumpelt hier. Nö. Roger, wir ringern den Ausgang. 2,1 Ende. Warum zeigt der mir das, dass ich da hochspielen kann? Okay, ist egal! Äh, uh, hallo! Wo seid ihr? Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ja, ducken und weiter im Text. Ey, nicht schlacken, bitte, ja? Muss nämlich nicht sein. Ja? So. Okay, Colleen, mach mal hier Hash. Komm weiter. Ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Ja. Habt ihr hier so, ihr kriegt so? Ja. War ganz toll. Habt gut gemacht, ja. Ja, das ist ja eigentlich in der Sache. Ich möchte euch das ja hier auch ein bisschen so, so ein bisschen, nicht so, 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 so hier stresst oder so, oder so aggressiv oder so, ja, rüberbringen. Will ein bisschen was erzählen. Will aber auch nicht so viel erzählen. Ja. Ja. Und... Und... Nimm die rechte Tür. Ja. Ach, denn anscheinend kommt es ja gut an und, äh, ja. Schauen wir einfach mal mal. Eile, was machst du da? Hast du da hingepulert? Du. Sag dir, du. Macht man nicht. Wo ist da denn hier der Kollege? Wir müssen weiter. Verdammt. Wo ist denn der? Das ist ne Tür. Ey, wo ist denn der? Oh. Immer weiter. Der immer weiter erwarten wie da war. Wie war. Ach da. Danke da, danke, Heche. Das ist schön hier, Bade. Oh. Frut, frut. T-t-t-t-t-t. Sag mal. Aber hinterher, Mensch Riley. Frisch hier draußen lieber nichts, Junge. Besorgen wir dir was Vernünftiges. Ja, aber wenn wir zu Hause sind, Heche. Okay? 6-1 Lagebericht. Neu paar Tiere. Alles okay. Verstanden. Sind unterwegs zu Sammelpunkt Silver. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier jetzt mit der Lautstärke hier ist. Ich werde mal kurz mal in den Optionen, Leute, ja? Wartet mal kurz. Ich werde mal hier die Lautstärke vielleicht noch ein bisschen, bisschen erhöhen. Ja? Ey, wie gesagt, ich muss das erstmal hier mal versuchen, hier rauszufinden, wie die zu optizieren ist. Da ist sie. Sieht übel aus, aber sich... Hollywood! Jihah! Buh, buh! Kickt an, Leute! Na, kommen die Jungs! Yo! Sergeant! Ist der Bereich sicher? So gut wie müssen noch diese Seite der Mauer absuchen. Davis? Tag! Sollte schnell gehen. Käpt'n irgendeine Tankstelle. Alles klar. Käpt'n... CPL heißt... Heißt die Käpt'n CPL? Leute, schreibt was in der Kommentarleiste rein. Was heißt CPL? Ja. Würde mich gerne mal interessieren. Ja. Aber ist ja nun egal. Leute, kann es umsonst ja nun ohne spielen. Aber... Naja. Warten so da. Heili ist da unten lang? Kann ich da unten? Warte auf, Reili. Greif dir das Ziel an. Sofort ausschalten. Boah, meine Maus, die ist hier ganz schön empfindlich. Alle ausschalten. Granate! Sehr gut. Höre, meine Maus, die ist hier einfach nicht. Reili, los! Halt nicht, Reili. Versuch, da kommt eine Granate. Reili. Leute, ich wollte mal kurz um eine Option. Entschuldigung. Streuung. Sicht. Die Maus ist ja ein schön... Empfindlich, alle. Das ist mir... Das ist mir zu empfindlich, ja. Das muss nicht sein. Ja, ja, dann... Sieg ja nicht mehr durch hier. Reili, bleib! Föderationsteams. Ah, hier haben wir eine andere Knarre? Wollen wir sie mal nehmen? 2 1 Werben noch ein Föderationsteam. Okay. Nehmen wir mal die andere Knarre. Okay. Treffpunkt Ausguck. Wir müssen uns neu formieren. Verstanden sind unterwegs. Wollen wir mal die Kräfte auf. Was? Das ist ein Schuss. Der ist ein Schuss. Schuss, das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss, oder? Das ist ein Schuss. Ich habe doch keine Chance, oder? Ich bin... Leute, ich bin... Ich bin... Ich bin... ... ... ... warte wartet er hier auf mich hier. Danke Leute. Leute, sind hier noch ein paar Leute? An alle verfügbaren Einheiten. Kontakt mit der Föderation bei der Mauer. Braucht Verstärkung. Werden angeklärt. Ja, aber wie wahrscheinlich noch gar nicht. Sind unterwegs. Verstanden. Keine rausmarkieren unsere Position. So. Ziel erfüllt. Interessant. Schauen wir uns hier noch ein bisschen rum oder so, Leute? Wollen wir ein bisschen was kicken hier oder so? Ist doch nicht besonders. Ist halt Hollywood, ne? Hollywood in Trümmern, Leute. Was hab ich schon mal gesehen? Na. Topf genau hin hier. So. Gut. Leute, es geht weiter. Reidi, komm 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 komm. Hopp 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 go. Stirm zur Mauer! Wär in der Herzen. Komm schon! Wär in der Herzen. Wär in der Herzen. Wär in der Herzen. Oh, wo hieß die Robbe hier denn durch? Oh, oh, oh! Ey, kannst du hier rufen? Kannst du rufen an hier und hier in die Dote, Robbe? Ja, woher hast du hier? Das ist so cool. Ich bin hier die Stags, die ich in die Stags zu tun. Los, was ich hier in die Stags? Ja, ich bin hier in die Stags. Ja, ich bin hier in die Stags. Ja, ich bin hier in die Stags. okay hallo doch 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 leute 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 oh das ist ja die 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 ok und annehmen ist aber ich wieder von vorne an nach beim mal Wee, hallo. Schuss, da muss ich rein gehen. boppel kill alle das dauert sind die alle zugange dafür dass ich hier Wappen nehmen eine geile bumme hier wurde jetzt explodiert die granate so weit hatte ja nicht müssen aber sieht gut aus sieht gut aus alles klar ja 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 ok muskler und noch ein paar dinger die netten alle kommt die bisher war bisschen vorher mal getestet ich muss erst mal um zu gucken, ob es geht ja und ja los so, wo kommt er? wo kommt er? ja, ich bin hier, ich bin hier, da kommt er und schlick er ist direkt da drüben oi! erster Schuss, erster Treufe, ich krieg ja ne Krise Buffy was ist los, ich bin verletzt hä? aber wir hatten mich jetzt im KD getroffen ich würde mich jetzt mal interessiert Logan, benutzt die Lenkrakisten um den Heli auszuschalten ja, wo ist denn die Heli da? ach naja ist sie so komm mal jetzt, wunderbar kommt nach er kommt jeden nach so, was ist los hier? Leute, komm da, wo seid ihr? ah was ist denn los hier? was ist denn los hier? was ist denn los hier? peng, junge 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 das geht ab die Schmitzkatze hier so, was muss ich jetzt machen oh quatsch spiel ich weiter was muss ich jetzt machen brauche ich jetzt das Ding? wechseln zum wir müssen weiter ah, ich muss hier rufen ey Reilly komm, kommst mit ah, guter Hund guter Hund äh guter Hund sooo Leute das machen wir jetzt hier ziel erfüllt wunderbar, freu mich na denn na denn mal ein bisschen so 20 minuten später vor santa monica ok wir sind da ok 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 코� ok Einladen! Zur Augenverstärkung an der Mauer! Los! Wir sind das an! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Wiederhole! Alle Versorgungsrationen wurden bis auf weiteres eingestellt! Los! Finden wir den alten Mann! Hey, wo sind wir denn hier drin? Romano-Zentrale? Ich hab von dem Angriff gehört. Seid ihr okay? Sicher doch. Begleitet mich. Na klar. Das ist doch der Pipel hier, der die Stimme von dem Kretschmarkt hier hat. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Der hat gespielt hier bei King Kong. Ah, dieser Captain. Mit dem Hut. Hör zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad, hör zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Man, du zieh im Finger, Mann! Was immer es ist. Logan und ich. Wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Nicht schlecht, oder? Oder genau im Niemandsland geht es denn hin. An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Nach Hause. Okay, Leute. Ich glaube, das war's für den zweiten Part. Wir gehen auch nach Hause. Tschau, ich bis zum nächsten Mal. Mach'sON